Servus YouTube, Volt hier. Eure Vodafone Station Ares bzw. Unity Media Station Ares Router macht regelmäßig Probleme mit dem WLAN. Ihr habt regelmäßige Verbindungsabbrüche beim WLAN mit eurer Amazon Alexa, mit euren Smartphones, Tablets, Notebooks. Dann bleibt dran, denn in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses Problem ein für alle Mal abstellen könnt. Abonniere jetzt meinen Kanal, um weitere hilfreiche Tipps, Tricks und Erfahrungswerte rund um Vodafone Kabelanschlüsse in der Zukunft zu erhalten und nichts zu verpassen, was deinen Internetanschluss am Laufen hält. Warum bricht eigentlich der Vodafone Station Ares Router regelmäßig die WLAN Verbindung mit Endgeräten wie Amazon Alexa, Smartphone, Tablets, Notebooks ab? Die Frage ist ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip kann man es da drauf, denke ich, im Moment eindampfen, weil es gibt viele Leute, die dieses Problem haben und es auch schildern, inklusive mir, aber ich habe es in den Griff bekommen. Es ist wohl ein Firmware-Problem. Es ist ein Firmware-Problem von den Ares Routern und damit hat sich das Ganze eigentlich auch schon erledigt, denn wir können da so als Nutzer relativ wenig per se dran ändern. Aber es gibt einen ganz einfachen Weg, um diese Verbindungsabbrüche dennoch einzudämmen über einen Workaround, der bei den meisten von euch funktionieren sollte. Gehen wir direkt zur Anleitung über. Als erstes braucht ihr ein Browser-Fenster und ruft hier die IP-Adresse 192.168.0.1 auf. Das ist die Adresse eurer Vodafone Station Ares Routers, wo ihr in die zentrale Administrationsoberfläche zugreifen könnt. Dann gebt ihr hier, Admin ist sowieso drin, euer Passwort ein und klickt anschließend auf Einloggen. So, jetzt sind wir in der Benutzeroberfläche, in der Administrationsoberfläche meines Vodafone Station Ares Routers, beziehungsweise auch der Unity Media Routers ist ja der ähnliche oder der identische. Ihr seht jetzt unten rechts, dass bei Telefon und WLAN ein paar Sachen ausgegraut sind. Das ist einfach, weil das wären meine privaten Telefonnummern. Möchte ich nicht, dass ihr seht. Ihr seht jetzt hier oben, ich bin im Expertenmodus in der Vodafone Station Ares Router Übersicht drin. Ihr könnt auch im Standardmodus aktiv sein drinnen. Die Oberflächen, die ich euch jetzt gleich zeige, damit ihr das Problem mit den WLAN-Verbindungsabbrüchen in den Griff bekommt, sind identisch, egal ob ihr im Standard- oder Expertenmodus seid. Klicken wir jetzt einfach auf WLAN. Jetzt kriegen wir schon mal den ersten Hinweis, ich würde angeblich immer noch mein vorläufiges WLAN-Kennwort benutzen. Das ist natürlich nicht so, ist aber schon mal das erste Indiz dafür, dass dieser Ares Router so seine Problemchen hat, auch wenn man Dinge an ihm anpasst. Ich kann es einfach ignorieren, ich weiß, ich habe es geändert und weg damit. Und jetzt seht ihr eigentlich auch schon, wie wir das WLAN-Verbindungsabbruch-Problem der Vodafone Station Ares Router in den Griff bekommen. Wie ihr hier bei mir seht, ist es nämlich so, dass ich nur das 2,4 GHz in Betrieb habe, aber nicht das 5 GHz Netz. Bei euch sieht es vermutlich so aus, weil werkseitig bei der Inbetriebnahme der Vodafone Station Ares Router beide WLAN-Netze aktiv sind, aber nicht mit getrennter SSID. Um jetzt die WLAN-Verbindungsabbrüche in den Griff zu bekommen, müsst ihr einfach eines der beiden WLANs, bevorzugterweise das 5 GHz Netz, abdrehen. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, wie kommt es jetzt eigentlich zu diesen Verbindungsabbrüchen? Vereinfacht gesagt sieht es im Moment so aus, nachdem was andere und ich herausfinden konnten. Die Endgeräte bzw. der Vodafone Station Ares Router versucht regelmäßig das bestmögliche WLAN dem Endgerät bereitzustellen und da er zwei Netze ausliefert, switcht er regelmäßig hin und her und das führt dann letztlich zu diesen Verbindungsabbrüchen. Der einfachste Weg also, um diese WLAN-Verbindungsabbrüche mit euren Endgeräten zu unterbinden, besteht darin, eines dieser beiden Netze abzudrehen. Ich würde euch empfehlen, das 5 GHz Netz abzudrehen. Das hat schlicht und ergreifend den Grund, dass das 2,4 GHz Netz etwas weitreichender ist. Ja, also das 5 GHz Netz, das geht nur so vielleicht maximal 10 Meter und sobald noch eine Mauer dazwischen kommt, habt ihr eh schon verspielt. Das 2,4 GHz Netz kann bei optimaler Umgebung in freier Wildbahn ohne Mauern, ohne irgendwelche störenden Elemente bis zu 100 Meter funken. Und gerade, sage ich mal so, im Haus drinnen kann das schon sehr hilfreich sein, das 2,4 GHz Netz in Betrieb zu haben. Ja, die Datenraten sind damit deutlich geringer, aber fairerweise, es bringt auch nichts, das 5 GHz Netz durch zwei Mauern zu schicken, weil die Datenraten da auch erheblich einbrechen. Und das war es eigentlich schon. Versucht diesen Tipp, diesen Trick anzuwenden. Dreht eines der beiden Netze ab und dann solltet ihr keine WLAN-Verbindungsabbrüche mehr haben. Bei den meisten Eigentümern, Nutzern einer Vodafone Station, Ares Routers, haut das sehr, sehr gut hin. Auch bei mir hat das so funktioniert und ich habe seither keinerlei Verbindungsabbrüche mehr. Deine WLAN-Probleme sollten jetzt behoben sein. Dann kannst du dich nun mit der Frage befassen, ob dein Internetanschluss von Vodafone, Unity Media oder einem anderen Anbieter überhaupt die Geschwindigkeit liefert, die dir versprochen wurde. In dem Video, das jetzt gerade eingeblendet wird, zeige ich dir, wie du einen qualifizierten Test deiner Internetgeschwindigkeit durchführen kannst, der dir im Zweifel sogar die Möglichkeit einräumt, eine Sonderkündigung durchzuführen, wenn deine Internetgeschwindigkeit permanent unter der Zugesicherten liegt.